ok leute es geht weiter ja erste hilfe bin ich munition bin ich vorher und erste hilfe hat mich wieder zurück gespammt was haben wir hier mal bauernhof weg und habe ich gesetzt ja ja das mit dem speicherpunkt ist hier echt sehr sehr aber moment mal erste hilfe kann ich doch holen moment da muss ich das 1 und werden wohl wir gucken wir mal wir haben gekriegt oder handgelenk irgendwas wir haben das hier günstige nägel strikt man schuhe orange eigentlich keine rolle macht keinen großen unterschied haben wir irgendwas hier gekriegt nein jetzt auch nicht irgendwas haben wir noch gekriegt das passt auch nicht rosa haben wir ende waren wir das handgelenk schuhe war irgendwas rot und schuhe das bringt ja dann gar nicht sichtbarkeitsreduktion sichtbarkeitsreduktion bewegungs tempo all widerstand ja das muss man das ok nochmal hier ran war das erste hilfe ding moment mal alles in der kategorie ablegen nee ich wollte eigentlich nur das pack gehören ach jetzt verstehe ich das ist meine lagerstation da kriegst du nix ok ich habe das falsch gelesen das ist meine lagerstation ah ok gut geht das noch bin ich habe aber gesagt das ist eine du hast hier regen alles wahnsinn moment der weg und hast du den jetzt nicht gesetzt ah hier lang ok ok der junge hat eine ausdauer ne der hat echt keine ausdauer der junge also ich würde mal gerne die pistole da verbessern ich gucke mal dass ich mal ganz kurz irgendwo im sicheren unterschlupf wenn man die pistole vielleicht nur mit dem schaltdämpfer wären nicht eine coole sache ich könnte vielleicht hier mal machen weil hier sind wir eigentlich relativ selbst ich gucke mal ob das geht müsste doch gehen oder was ist denn ergänzungen ich möchte wieder munitionsschaden habe ich nicht irgendein auto ja ich habe gar kein auftritt ja ja ist ja gut meine ja ich nehme doch auf das geht es wäre ja 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 wir sind richtig es könnte wieder so ein sammelpunkt sein okay ich denke immer der ist irgendwie aber ist er ja gar nicht entscheidend war erkennt windung aus dafür gewähr Was haben wir hier unten? Was wie eine Werkbank ist aber keine. Levelaufstieg. Oh, okay. Das ist schon mal fertig gehalten. Das heißt. Visiert Tempo. Moment mal, hä? Wird das da alles automatisch jetzt erst machen? Moment, ich habe doch einen Levelaufstieg. Wie läuft denn das da jetzt ab? Ah, das sind Dinge, die habe ich schon. Und die sind jetzt freigeschaltet. Ne, Moment. Machen wir schon da nicht. Kosten? Okay, und wie kaufe ich das? Ah, okay. Ne, ne, ne. Das sieht alles so komisch aus. Ausdauermenge. Ja, Ausdauer könnte nicht so schlecht sein. Technik. Guck mal die Informationsmenge, wenn ein Gegner durch den Gangplatz aufgeführt wird. Erhöht seinen Basiswiderstand gegen Gas. Warum kriegen wir Basiswiderstand gegen Gas? Warum kriegen wir Basiswiderstand gegen Gas? Hm, wir machen wir das. Würde ich gerne tun, aber... Jetzt mal. Okay. Ja, es ist manchmal ein bisschen hakelig, muss ich feststellen. Ablosen, okay. Dann gucken wir mal hier. Stenhaga Gård? Ja, der liegt bara lite längre fram, på samma Weg. All right. Vad bra. So, vissa från Trakten samlades där. Vår familie har känt familien Andersson, sedan innan jag föddes. Då kanske det var farmor und farfärs Idee, und mötas upp där. De har ju gott om Platz på Gården. Wo willst du uns jetzt hinschicken? Ja, dann würde ich sagen, mal dahin. Schnellreise haben wir keine, aber kriegen wir ja. Aber Moment mal ganz kurz hier ist. Holzrollapparat, oder bin ich doch? Wieder Position. Moment, da ist noch was. Aufmerksamkeit. Okay. Okay, ist wohl viel Alarm. Hier irgendwas drin. Sieht nicht so aus. Gar nichts zu holen. Vielleicht der Motor. Komm schon. Wie ins etwas. Wir bewegen uns hier mal ein bisschen langsam. Warte. Boah, das ist ein weiter Weg. Warte. 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 Scheiße. Ach du Scheiße. Ich mein, ich hab jetzt nicht grad die Waffe dafür, um den zu plätten. Aber der gibt bestimmt ordentliches Zeug. Okay. Man kann sich nicht an diese Gegner heranschleifen, ne? Boah, Alter. Einen Schuss. Du bist tot. Bewusstlos. Wie kann ich denn jetzt das machen? Alter. Einen Schuss und du bist tot. Ich muss wieder zurück. Oh ne, bitte nicht. Ja, ich muss wieder zurück. Einen Schuss und du bist tot. Keine Chance gegen den. Keine Chance. Null Chance gehabt. Null. Alter Schwede. Ah, ein Schlüssel. Ich hab gedacht, die leute auf den Ecken. Mit allen der Maschinen. Die waren nicht. Okay, war doch gar nicht so schlecht, dass ich hier gerade direkt bin. Aber auf jeden Fall, wir wissen, mit dem sollen wir uns nicht andenken. Äh, äh, Frage. Habe ich jetzt eigentlich meinen, den Schalldämpfer noch? Alter Schwede hat mir gerade... Ein Schuss und du warst tot. Ein Schuss tot. Keine Chance. Direkt zerlegt. Übel. Oh, da ist noch was. Naja, das ist halt auch nervig, so mit dem Laden und mit dem Sammeln direkt auf einem Ding. Manchmal vor die Munitionsverschwendung kur. Manchmal vor die Munitionsverschwendung kur. Boah, aber okay, du bist zwar tot, aber du kannst dann halt einen Punkt zurück, musst halt dann nochmal dahintappen. Äh, das ist halt so das Einzige, was du halt dann, äh, was dann halt deine Strafe ist, wie man so schön sagt. Aber, ey, ein Schuss und tot. Ein Schuss und tot. Kann man hier echt keine Waffen bauen? Reparaturset. Nee, ich kann nur das bauen, was mir hier angezeigt wird, ja. Und hier geht's wieder besser. Ja. Scheiße. Ein Schuss und direkt tot. Mal was anderes. Harte. Moment mal ganz kurz. Könnte das vielleicht? Nee, kann schnell reisen, oder? Okay, wir sind einfach noch zu schwach. Ist einfach so. Müssen wir einfach akzeptieren. Wir sind einfach noch viel zu schwach. Ich hab gedacht, komm, ey, den knallst ich jetzt ein paar Mal drauf und dann ist der, die mal drauf. Äh, nee. Der hat uns was gehustet. Okay. Äh, wir sind's. Bauernhof. Ich bin eigentlich so auf dem richtigen Weg. Gehen wir hier unten lang. Die Maschinen werden mehr so auf dem Weg sein. Ich brauche halt auch bessere Waffen und so. Ist halt auch klar, ne? Weil sonst hast du hier keine Chance. Sonst gehst du hier sowas von warten. Alter, war ein Schuss und du warst. Und der hat dir direkt gezeigt, wo der Hammer hängt. Hier waren wir. Alles Gute ist, das bleibt alles eingesammelt. War ich hier eigentlich schon dran? Kann ich nichts machen? Okay. So, jetzt müssen wir gucken, wie man diesen Typ wieder vorbeikommt. Also vorbeikommt Umbach, glaube ich. Dann würde ich vielleicht oben lang gehen. Scheiße, aber ja. Keine Chance, der hat sich direkt geblattet. War nichts zu machen. So. So. Und wenn noch ein paar Lebensentypen auf Julian, das guckt auch mal los oder was auch noch die adulter weetest du da? Nur? Ich glaube dort war der, ne? Ist er noch da? Ja, da ist er! Wka?! Ist DIE did bunny? Raun Middlebut vagon vollverável auch mit! Lauf, 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 lauf! Lass mich hier in Ruhe, du Saftarsch. Ah, ich brauch echt ne Fernkampfwaffe. Ach du Scheiße, der sieht das so, da kann ich jetzt... Lauf, lauf! Lauf, lauf! So, warum kann ich denn da jetzt nicht rein? Ah, jetzt. Ich vergesse immer, dass du kriechen kannst. Oh, was haben wir hier? Was können wir denn da schon? Ein Ziefeln rum. Ja, toll. Ja, schön. Da habe ich ein Ziefeln rum, aber keine Waffe. Moment mal, da ist ein Polizeiauto, ne? Ich bin weg. Alter, wenn ich ne bessere Waffe habe, kannst du dich eintüten lassen, Freundchen. Komm schon, du musst doch ne Waffe hier haben, was besseres. Die Munition, das... Alter, Munition habe ich wie in Massen. Jetzt von dem Scheißzeug, aber keine Waffe. Muss gucken, wo der Typ hier da ist. Habe ihn gefunden. Ja, voll. Gib mir doch endlich mal den verdammten Knarre dafür. Sag jetzt nicht, dass die da hinten an dem Panzer ist. Wirklich aber. Ahn es aber, dass es so ist. Ja, immerhin. Es war totaler Wahnsinn, aber... Es war totaler Wahnsinn, aber... Es war totaler Wahnsinn, aber... Ja, klar. Es war totaler of course. Es hier ist so eine Erknobel. Es war vielleicht so ein Waffe, aber... Ich bin mir nicht so ein Wiese, die haben gewonnen. Ich bin nicht so ein Wächtel. Du bist so ein Wetter. Ich bin mir nie da. Ich bin mir nicht so ein Wärmslos hier. Ich bin natürlich mit einem Erknobel. Ich bin mir nicht in einem Waffenland. Ich bin nämlich ein Waster. Ich bin mir nicht vorwöchter. Ich bin mir hier imikalien Wetter... Ich bin mir nicht in der masculine Waffe dafür. Ich bin jetzt richtig ein Wachsitzel. Ich bin ziemlich ein Wachsitzel. Ich bin mir gut nachdem. mit zwei einem ausweichen das könnte vielleicht noch hinhauen aber zwei ausweichen da dürfte aber nichts drin sein wie es aussieht aber das hier die frage könnte hier was sein wenn ich mich von dahinten ran kirche aber das wird auch so was dann schief gehen mit einer leuchtfackel oder so kann ich gar nicht viel anfangen aber da ist eigentlich auch nichts lassen wir erstmal liegen wir können da immer noch hinkommen das ist mir jetzt eine nummer zu heikel ich brauche jetzt erstmal einen sicheren unterschlupf oder so das ist es das sieht ruhig aus warten ich höre aber was die ist richtig ich bin ich im haus bin dann kann ich die von haus aus blätten aber da muss ich jetzt erstmal hinkommen weil dann hätte ich auch da drin sammelding aber BOOM! Ah, ich habe total... so einfach wird es nicht einfach da ins haus rollen und sie schütten das kannst du vergessen so einfach wird es nicht hier sind schuppen eine brille das gucken wir uns gleich an wenn dann würde ich die tür hier öffnen ok wird sagen gehen wir noch ins inventar und dann machen wir einen cut wo war sie hier was bietet sie denn was bietet mir die brille gar nix sieht nett aus aber bietet nicht ein nettes asche okay leute wir machen ihren cut wir sehen uns hier beim nächsten mal wieder und dann geht es hier weiter mit dieser mission also ich muss sagen bis jetzt macht mir das richtig ob das richtig cool ist auch richtig knallhart also ein schuss hat man gesehen von dem einen den 12 schuss und was bot auch bei den anderen ist das nicht so easy ja ich freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dann und ciao